Hey, okay, warum seh ich mich selbst? Wie, du siehst mich selbst. Ich hab grad jemanden, Dings. Ich hab grad einen Exoghost gesehen. Das könnte eventuell sogar sein, keine Ahnung. Ich bin grad richtig low. Oh Gott, was ist denn los? Ich lege grad, wie in der... Oh, nice. So. Ähm, warte mal, warte mal. Scheiß auf die Chest, komm mal mit. Ich hab ein paar Sachen. Warte, ich lege grad richtig übel. So. Goddammit, warum lege ich denn jetzt? Wo bist denn du übrigens? Get off my back, du Scheiß. Warte, ich lege, ich lege, ich lege. Du kannst mich eh nicht erwischen, Mann. Box den mal tot. Jetzt warte ab. Fuck it, fuck it, fuck it. Fuck it? Ja, fuck it. Cut. Yeah, mit meiner Framerate ist grad richtig low. Echt? Ja. Ich kann nix machen. Na toll. Come on. Game. Don't die on me. Toll. Wow, alter schwer. Zattet der gegen dich? Kann er, ich kann er für mich zu Tote boxen. Übernimm du mal. Ja. Wenn meine Fr... Hey, du Arschloch. Warte, scheiß auf ihn, scheiß auf ihn. Komm mit, komm mit, komm mit. Alles klar, alles klar. Wo bist du denn? Da. Hier. Eiee. Framerate. Also, wo sollen wir lang? Ich würde gerade ragen, aber ich darf nicht mehr. Jesus Christ. Wo bist denn du? Ich bin weitergelaufen, die Küste lang. Ja. Ich will gerade aufs Schiff. Warte, komm mal mit, komm mal mit. Sicher? Ja. Irgendwo? Genau hier. So. So. Boop. Und. Guck. Ah, okay. Da meint. So. Stell ich jetzt mal auf diesen Schalter drauf. Ah, auf welchen? Auf den rechts. Ja, auf den rechts. Und bleib dort. Bleib dort. Oh, nice diamond. Okay. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ja. Hier. Stell ich auf den anderen. Vorsichtig, ne? Nicht bewegen. Wieso denn? Iron chestplate. Okay. Warte. So, darf ich? Willst du die Hose? Ja, bitte. Äh, obwohl ich hab ne Hose. Sicher, aber Eisen. Ja, okay. Alles klar. Ne, warte. Nimm du Eisen und gib mir dann die Lederhose. Okay. So. Thank you. Darf ich wieder runtergehen? Ja, darfst du. Nein! Nein, mein Schatz. Ich hab's gemerkt. Okay. Ich hab's gemerkt. Okay. So, ich denke im Piratenchiff sind schon die Leute hingegangen. Da drüben war ein anderes Schiff. Hm. Da, wo man drauf springen kann. Drauf parkouren kann. Ich weiß. Vielleicht ist da noch was. Ich war noch nie drauf, deswegen. Und jetzt sind meine FPS mittlerweile wieder schon auf 60. Nice. Und da drüben sind Leute. Aber ich glaube, die haben Schiss von mir wegen meiner Eisenrüstung. Eisen. Wollen wir auf die andere Seite und äh... Hast du Futter? Genau. Ja. Also ich hab ein Chicken, Potato und Brot. Und zwei Äpfel. Oh, hier ist eine Lederrüstung. Wow. Nice. Okay. Da ist nix. Ja, die Chests sind alle. Oh. Hier ist nix mehr drauf, oder? Nö. Außer der Double Chest. Also der Tier 2 Chest. Also ich seh zumindest nix. Oh, da unten ist jemand. Äh, ich bin runtergefallen gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da folgt uns jemand. Da folgt uns jemand. Warte, 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 warte. Warte mal kurz. Der hat ein Steinschwert. Der hat ein Steinschwert? Ja. Okay. Mach nix Unüberlegtes. Ich hol mir kurz die Chests dir. Ich mach nix, ich mach nix. Oh mein Gott. Oh. Chests? Ja, da unten ist ne Chests. Und jetzt komm, ich geb dir... Äh, du hast die... Weißt du was? Hm? Sag ja, sag ja. Bitte sag ja. Okay, pass auf, pass auf. Du kriegst meine Eisenrüstung komplett. Okay? Wie? Warum? Hier. Ich hab dir das Schwert. Okay. Und gib mir dafür die Laserhöse. Lüderhösen. Hösen. Lüderhösen. Und ich nehm die Axt hier. Und ich hab ne Angel. Okay. So. Zwei. Nein, jetzt auf eins bitte. Alles klar. Was machen wir jetzt mit dem? Äh, sobald er kommt, boxen wir ihn tot. Oh, da ist er ja schon. Alles klar. Los. Box ihn tot. Warte, 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 warte. Ich hab ne bessere Idee. Nein, nein, ich hab ihn schon. Ich hab ihn schon. Komm, box ihn doch. Alles klar. Ähm, ich hab jetzt auch ein Schwert. Ich hab nen Bogen. Hast du Weile? Äh, nö, ich hab nix. Ich glaub, du hast alles genommen. Hast du nen Diamant? Nein, ich hab Eisen. Zwei Stück. Ah, okay. Ich hab auch keinen Stock, deswegen. Ja, okay. Ich weiß, es war hinterhältig, aber tut mir leid, aber... Warte, lass mal hier hochgehen. Vielleicht finden wir ja ne Chest. Weil ich wollte den Typen anzünden, deswegen. Dann wär er weggerannt, glaub mir. Ja. Aber sowieso Wasser. Hätt's nicht gelohnt. Das ist ne Wasser-Map, verdammt nochmal. Wie willst du denn ne anzünden? Wo sind die in die Chest? Oder oben ist jemand. Warte, warte, ich stumpf ihn runter. Warte, lass mich das machen. Lass mich das machen. Lass mich das machen. Nein, er ist runtergefallen, glaub ich. Nein, nein. Er ist immer noch da. Warte, ich busche ihn mal runter. Moment, Moment. Das wird schon funktionieren irgendwie. Komm. Komm, runter mit dir. Runter mit dir, hab ich gesagt. Runter mit dir. Ich hab gesagt, runter mit dir. Runter mit dir. Dankeschön. Ne, ist was ins Wasser gefallen. Shit. Okay, erst mal. Soll ich nen Ambushen? Ich kann von oben runterschüpfchen. Äh, ja. Ja, mach mal. Wee. Und jetzt gib ihm den Rest. Warte, sicher, dass du das machen willst? Ja, sicher. Ich hab ein Schwert. Er ist tot. Nice. Okay. Ähm. Okay, schau mich mal hier oben um. Ich hab ne Ledercap. Ähm, Saplings. Ich hab Sticks. Und, äh. Okay, nice. Dann geh in die Mitte und mach dir ein Eisenschwert. Alles klar. Meine Angel ist aber aufgebaut. Wie blöd. Äh, willst du übrigens meine, die, die Eisenhose wieder haben? Äh, ja. Speiß mal runter. Wo auch immer du gerade bist. Ich bin noch da oben. Ähm, dann, äh, schmeiß mal so weit wie möglich in die Mitte. Geh mal so, dass du die Mitte sehen kannst. Ich geh da hin. Ja, ich bin da. Moment, Moment, Moment. Ist da irgendjemand in der Mitte? Hä? Ob da irgendjemand in der Mitte ist? Äh. Ja, da ist jemand. Ein, äh, der hat Dings. Eisenrüstung und, äh, Eisenhose und Eisenhelm. Okay. Soll ich ihn ambushen? Ja. Oh, mein Gott, ich seh ihn. Er sieht mich, hab ich gesagt. Warte. Warte, anzünden. Ah ne, fuck it. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Alles klar. Go, go. Na komm, sterb. Leg, leg, leg. Oh mein Gott, er rennt weg, er rennt weg. Warte, ich schneid ihn ab. Okay, ich renne mir hinterher. Zu blöd ist ich keine. Ja, schieß mich ruhig ab. Schieß mich ruhig ab. Schieß mich ruhig ab. Du triffst mich sowieso nicht. Du triffst mich sowieso nicht. Warte, schießt er noch? Jetzt nicht mehr. Ich boxe ihn jetzt. So, ja, boxe mich ruhig mit Stiefeln. Ist okay. Nice, sehr schön. So, Eisen, Eisensachen überall. Okay, Eisen. Helm. Hier, ich geb dir die Eisenrüstung. Ja, wenn ich den... Pass auf Sachen auf, ich kann Schritte hören. Ne, komm. Ich glaub, die haben alle Schiss. So. Wie viele Sachen hast du noch? Ich hab nämlich nur eine Eisenhose. Ja, Eisenrüstung. So, was noch? Hab ich noch einen Boden. Ah ja, genau, das. Okay. Kann ich essen und... Ja, das war's eigentlich. Oh, wie viele Pfeiler hast du? Ja, keine. Dann geb ich dir acht Pfeile und nen Bogen. Okay. Ich hab schon nen Bogen. Okay, dann nimm trotzdem auf, ich hab Müll. Okay. So, und jetzt gehen wir in die Mitte und craften uns ganz viele Pfeile. Komm. Okay. Hast du Flint und alles? Ja, ich hab elf Flint und 15 Federn. Okay. Willst du nicht noch ein Eisenschwert machen? Ja, kann ich auch machen. Ja, mach mal. Hast du vier Ironingots? Ich hab nur... Ich hab vier Goldingots. Aber die machen genauso viel Damage wie ein Steinschwert. Hm. Äh. Ja, aber du kannst ein Schwert haben. Dafür nehm ich die Pfeile. Aber ich hab's ein Schwert, deswegen. Du hast ein Eisenschwert. Ach so, du willst mir ein Eisenschwert geben? Ja. Are you sure? Ja. Warte, da geb ich dir die Pfeile. Ja, okay. Hier ist das Eisenschwert direkt daneben. Okay. So. Hast du noch Sticks? Hm? Hast du Sticks? Ich hab nur noch zwei Stück oder so. Nö. Die hast du gerade gedroppt. Hier. So, warte. Hier die Pfeile. Oh, da ist ein Stick drin. Wow, da war noch ein Stick drin in der Chest. Brrr. So. Oder Coincidence. Äh, so rum war's. Stop fucking with me. Scheiß Crafting. Das ist zum Kotzen. So. Ähm. Essen hast du genug? Äh, ja. Hab so gut wie alles. Es sind sowieso nur noch zwei. Wie? Sowieso nur zwei? Zwei Leute. Echt? Ja. Okay, wo sind denn die? Keine Ahnung. Wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Wow. Jesus. So. Ich glaub, die sind irgendwo in diesen Riesenhöhlen. Riesenhöhlen? Riesenhöhlen, ja. Also nicht Riesenhöhlen, sondern in diesen Türmen da hinten. Das kann sogar sein. Oh, es wird Abend. Na toll. Na okay, dann lass in der Mitte bleiben. Wird's refilled? Jo. Alles klar. Immer wenn's dunkel wird. Nur wenn's dunkel wird oder auch wenn's hell wird? Äh, pff. Jeden Abend und jeden Morgen. Ah, okay. Alles klar. Es wird ne Menge zu schneiden geben. Ach ja. Viel zu viel Lederzeug. Hast du, ähm... Holzschwert brauche ich nicht. Holzschwert... Hast du eventuell, äh, ne Angel für mich? Äh, nee. Nicht mehr. Jesus Christ! Egal. Vielleicht hast du da eine. Wieso brauchst du... Ja, ich mag Angeln. Ich will die immer, äh, ausgerüstet haben. Okay. Glaub mir, da wirst du die Angeln in Smash lieben. Wieso? Du kannst, äh, damit, äh, äh, Dings, äh, Leute wegschmeißen. Ah, okay. Wenn du damit getroffen hast, dann kannst du nochmal, äh, Dings, rechtsklicken und dann fliegen die weg. Wow. Also, du ziehst die, äh, sozusagen an dich heran, aber die fliegen dann weiter weg. Je höher die Prozentzahl. Moment. Ich sehe kein Zeichen von irgendwelchen Leuten, die hier rum... rumlaufen. Das... Es steht auch im Chat, man. Du musst die ganze in den Chest rumklicken. Was? Chest öffnen. Sag, ich sehe sie. Ich sehe sie, das sind so. Wo? Äh, Eingang Piratenschiff. Okay. Komm mit, komm mit. Die rennt von uns weg. Warte, warte, die werden das wie viel. Bleib hier. Okay, alles klar. So schnell geht meine Idee dahin. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bam. Ach komm. Äh, ich beobachte sie. Also, sie sind jetzt in der Richtung, wo du gerade guckst. Sind sie hinter dem Berg. Warte. Ich hüfte immer. Ich kann zoomen. Moment. Die sind gerade rechts gewesen. Rechts am Eingang waren die. Also, vorbeigelaufen. So. Schön Ausschau halten. Vielleicht kommen die von hinten. Ja, die könnten von oben kommen. Das ist das Schlimmste. Ja. Ja, okay, die müssen aber sowieso durchs Wasser. Dann können wir die hören. Ja, die können aber auch von oben vorbei gehen. Deswegen kann man ja eigentlich genial campen, weißt du. Ah, okay. Jesus Christ. Wo sind die? Immer noch keine Chests refilled. Gott damn it, jetzt wird schon refilled. Werden die überhaupt auf der Map refilled? Ja, natürlich, wenn die refilled. Die werden in jeder Map refilled. Entschuldigung, das weiß ich ja nicht. Ehm. Ehm. Reise nach Jerusalem. Du, 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 du. Nice. So. Fünf Federn. Eine Angel. Super. Flint und Gold. Lauter Sticks. Ja, geht her, geht her. Was hast du denn gefunden? Kein Diamond. Oh, doch, Diamond. Nice. Wie viel? Äh, ein Stück. Kann mir jetzt ein Schwert machen. Dann gib mir das Eis ein Schwert. Sofort. Los. Ja, ja, ist gut. Warte. Wenn... Ohne Mist, ey. Langsam bringe ich dieses Server auf, ne? Hm. Ich kann mir doch noch mal kein Schwert machen. Ich will ein Schwert. Ich weiß nicht, wo die sind, Mann. Ich hab die, glaub ich, aus den Augen verloren. Ja, fuck it. Die haben doch alles. Äh, Eisenschwert. Hier. Mister, wo bist du? Ich bin hier. Hier. Danke. Hast du Pfeile? Äh, ja, genug. Aber beziehungsweise kannst du mir trotzdem die Sticks geben. Äh, yo. Sticks. Dankeschön, Big Game. Hast du es mir gegeben? Ja. Ah, das waren nur drei Stück. Shit. Okay. Yo. Ach, ich hab Federn. Brauchst du Federn? Nein, ich hab eh sowieso nicht genug Sticks dafür. Okay. Ach ja, hier. Danke. Und hier. Wollen wir sie suchen gehen? Mit Shift? Ähm. Moment. Da ist einer. Da, ich seh ihn. Da ist eine Mitgliederrüstung. Auf ihn. Warte, warte. Ja, wegrennt. Na, komm. Ich überlässe ihn dir, okay. Oder ne, fuck it. Na, komm. Mach Ambush. Ne. Ja, geh von der anderen Seite. Geh von der anderen Seite. Okay, warte. Okay, warte. Oh, warte, warte, warte. Da ist noch einer. Okay, den kill ich jetzt. Der hat Bogen. Nice. Okay. Boom. Hast du ihn? Ja. Okay, alles klar. Der rennt nämlich jetzt wieder in die Mitte zurück. Warte. Äh. Der hat ja fast gar nichts. Oh, der hat Flint. Moment. Der rennt von mir weg. Ja, haben getroffen. Okay. Du bist nur eigentlich. Ach, da bist du. Äh, ich stehe gerade. Na, okay, Flint. Gut. Hm, sonst hat er nichts. Ja, der rennt, glaube ich, weg. Der ist sauweit weg. Irgendwie. Ne, da war ein anderer. Den habe ich noch dings gekillt. Ja, ja, ich weiß, aber hier, der rennt sauweit weg. Der ist irgendwie, glaube ich, zum kleinen Schiff gerannt oder so. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, ich habe 25 Pfeile. Nice. Jetzt habe ich 28. Ich sehe ihn. So, er ist tot. Ist tot. Ah, okay. Gut dann. Ich glaube, der hat sich umgebracht, kann das sein? Weil der unter Wasser war, der. Und er war die ganze Zeit unter Wasser und ist da geblieben. Ich habe ihn abgebladet und er war unter Wasser. Ohne Chests, wollen wir ohne Chests machen? Ich meine, wir haben ja genug Sachen und so. Moment, erst mal voll essen. Äh. Ja, let's go. Ah. What the? Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Du kopfst dich an mich ran, Mister. Du wirst nochmal sterben. Ich habe keine Pfeile mehr, das kannst du. Du dreckiger Cheater. Du bist ein dreckiger, kleiner Cheater, Mann. Mit dir mache ich nie wieder Team-Up. A, sieh mit A. GG. Ja, das war Survival Games. Das war so Hunger Games. Ja, Hunger Games oder Survival Games. Ja. Wenn ihr drauf zocken wollt, ich glaube, Gintchen wird höchstwahrscheinlich den Link zur Seite in die Beschreibung stellen. Werd ich. Abläuft, habt ihr ja gerade gesehen. Team auf jeden Fall nicht mit Randoms. Und wenn ihr mit Randoms teamt, dann spielt den Verräter. Da wäre ich ja auch dafür gewesen, ganz ehrlich. Ja. Und ja, von meiner Seite war es das ein. Bis dann. Ich habe euch lieb. Ich habe euch natürlich auch lieb. Und so. Ja, ja gut. Auch lieb. Und so weiter. Wir haben uns alle lieb. Wir sehen uns, Exo. Yo. See ya. Ja, ist okay. Ich beende nur das Video. See ya. See ya. Ich beende nur das Video.